Hey meine lieben Bessis, im heutigen Beitrag möchte ich euch erklären, wie eine Rundrückenhaltung zu Schulterschmerzen führen kann. Ich hatte einen Klienten bei mir im Online-Coaching und dieser Klient hat über anderthalb Jahre Schulterschmerzen gehabt. Er hat die verschiedensten Übungen gemacht, um zum Beispiel die Rotatorenmanschette zu stärken. Da hat er die Außenrotationen im Stehen oder im Liegen gemacht. Er hat das Schulterblatt stabilisiert und ganz viele verschiedene Übungen gemacht. Es ist manchmal ein bisschen besser geworden, aber letzten Endes hat er diesen Schmerz nicht wegbekommen. Ich habe mit ihm verschiedene Funktionstests gemacht und herausgefunden, dass er eine ziemliche Rundrückenhaltung hat. Und diese Rundrückenhaltung hat letzten Endes zu seinen Schulterschmerzen geführt. Als wir dann die Rundrückenhaltung korrigiert haben, haben wir auch letzten Endes seine Schulterschmerzen eliminieren können. Und ich erkläre euch jetzt, wie der Zusammenhang mit Rundrücken und Schulter überhaupt zustande kommen konnte. Schauen wir uns mal hier das Schulterblatt an. Wenn wir eine Rundrückenhaltung haben, dann rutschen mit der Zeit auch die Schulterblätter immer weiter nach vorne und tendenziell nach oben. Und dann kann man auch schön erkennen, dass diese Muskeln, zum Beispiel der untere Teil des Trapezes, auch gedehnt wird in dieser Position. Und das hier ist jetzt seine neue Alltagshaltung gewesen. Das heißt, zum Beispiel der untere Trapezanteil ist ständig auf Dehnung gewesen. Jetzt muss man wissen, dass ein Muskel, der im Alltag durchgehend auf Dehnung ist, langfristig auch schwächer wird und neuronal, also vom Gehirn, nicht mehr so gut angesteuert wird. Und seine Arbeit einfach nicht mehr im richtigen Moment, aber auch allgemein vernünftig nachgehen kann. Wenn wir jetzt zum Beispiel den Arm anheben, hier gut sichtbar, dann ist für viele klar, okay, beim seitlichen Anheben des Armes beispielsweise, muss sich der Oberarmknochen zur Seite bewegen. Das ist aber nicht alles, denn auch das Schulterblatt, das sehen wir hier, dieser knöcherne Teil, muss sich immer mitbewegen bei dieser Armbewegung, ob zur Seite oder auch nach vorne oben. Und hier sehen wir den unteren Anteil des Trapez, der ist hier mit am Arbeiten, denn er muss die Bewegung des Schulterblatts, diese Aufwärtsrotation unterstützen und zeitgleich muss er das Schulterblatt, wenn der Arm beispielsweise oben ist, stabilisieren. Er hat hier eine sehr, sehr wichtige Aufgabe, auch weitere Muskeln, zum Beispiel der obere Trapezanteil oder der Serratus anterior und so weiter, müssen beim Arm anheben als Gemeinschaft fungieren, so, dass hier eben eine vernünftige Bewegung stattfindet. Wenn beispielsweise der untere Trapezmuskel nicht vernünftig mitarbeitet und wir den Arm dennoch anheben, dann kann Folgendes passieren. Ich zeige es euch jetzt erstmal nochmal aus einer anderen Ansicht. Hier, von vorne gesehen, wir haben hier das Schulterblatt, Schlüsselbein, Oberarmknochen. Immer wenn der Arm nach oben geht, dann dreht sich hier das Schulterblatt unheimlich stark mit auf und der Oberarmknochen steht ziemlich steil. Wenn das Schulterblatt sich also nicht vernünftig mit aufdreht, dann kann Folgendes passieren. Zwischen Oberarmknochen, das ist hier der Oberarmknochen, und dem knöchernen Schulterdach, welches eine direkte Verbindung zum Schulterblatt hat, weil es einfach hier mit dazu gehört, können sich Schleimbeutel, aber auch Sehnen, in dem Fall jetzt die Supraspinatussehne, einklemmen. Und wenn die sich hier so einklemmt, dann können da langfristig einfach auch Schmerzen entstehen und eine Entzündung kann entstehen. Der Ursprung des Ganzen war jetzt aber eine fehlerhafte Ansteuerung des Schulterblatts. Und die fehlerhafte Ansteuerung hat letzten Endes nur darum stattgefunden, weil die Wirbelsäule zu stark gekrümmt ist, die Schulterblätter zu weit vorne sind, der Muskel ständig auf Dehnung war und dann eben zu schwach und neuronal nicht mehr richtig angesteuert. Das heißt, jetzt gehen wir mal die Lösung des Problems an. Mit meinem Klienten habe ich jetzt Folgendes gemacht. Ich habe erst einmal an der Aufrichtung, also Extension der Brustwirbelsäule gearbeitet. Dazu kann man folgende Übung machen. Man begibt sich hier einmal in Bauchlage. Die Hände bzw. die Handrücken legen wir auf den Hintern. Die Schulterblätter ziehen wir nach hinten unten und den Brustkorb heben wir an. Diese Position halten wir gut und gerne für 10-15 Sekunden und kommen wieder nach unten. Gehen wieder nach oben und nach unten. Auch den Hals bzw. den Kopf kannst du mit nach oben aufrichten. Wenn du hier verstärkt Nackenschmerzen im Nachhinein hast, dann lässt du den Hals zu Beginn erstmal in Verlängerung zur Wirbelsäule und sparst dir den Blick nach oben. Sollte es dir im Hals- und Nackenbereich keine Probleme verursachen, dann nimm den Kopf gerne mit nach oben, halte die Position oben. Eins muss dir auch klar sein. So eine Übung verbessert deine Haltung und zwar langfristig. Ich sage jetzt mal, wenn du sie jeden Tag machen würdest, denke ich, dass du nichtsdestotrotz ein halbes Jahr benötigst, dass sich hier Verbesserungen und zwar deutlich sichtbare und spürbare Verbesserungen einstellen. So, wenn wir also die Brustwirbelsäule-Extension verbessert haben, ist es außerdem wichtig, die ganzen Schulterblatt stabilisierenden und bewegenden Muskeln zu stärken. Dazu gehört zum Beispiel, richtig, der untere Anteil des Trapez. Einer seiner Hauptaufgaben ist das nach unten führen der Schulterblätter, aber eben auch das Stabilisieren. Und eine sehr, sehr effektive Übung hierfür sind zum Beispiel die Y-Races, die ich dir jetzt zeige. Für die Y-Races stellen wir hier eine Bank schräg ein und nehmen ganz kleine Gewichte. Und dann begibst du dich hier einmal in Bauchlage. Wichtig, jetzt haben wir an der Brustwirbelsäule-Extension gearbeitet, also schau, dass du auch immer so eine aufgerichtete Brustwirbelsäule hast. Schulterblätter ziehst du nach hinten zusammen und nun hebst du die Arme an. Jetzt bilden die Arme und die Wirbelsäule ein Y-Races, deswegen heißt diese Übung auch Y-Races. Ich empfehle, zwei bis drei Sekunden die Endposition zu halten, richtig schön anspannen und wieder lösen. Davon gut und gerne zehn Wiederholungen machen. Diese Übung dient als Beispiel. Es gibt natürlich noch weitere Übungen, wie man diesen Bereich toll trainieren kann. Das würde jetzt aber den zeitlichen Rahmen dieses Videos sprengen, denn ich möchte auch noch kurz auf die Rotatornmanschette mit eingehen. Die Rotatornmanschette besteht aus verschiedenen Muskeln, vier in der Summe. Sie stabilisieren das Schultergelenk und sind natürlich auch für verschiedene Bewegungen, Rotationen im Schultergelenk sehr, sehr wichtig. Eben habe ich euch gezeigt, was passiert, wenn zum Beispiel die Supraspinatus-Szene eingeklemmt wird. Der Supraspinatus ist einer der vier Muskeln der Rotatornmanschette. Und weil dieser Muskel häufig zum Beispiel am Sehnenansatz entzündet ist oder schmerzt, sagen viele Physiotherapeuten und Sportreha-Trainer, trainiere diesen Muskel, kräftige diesen Muskel, damit du die Schulterschmerzen wegbekommst. Das hat zum Beispiel mein Klient auch gemacht. Ich zeige dir mal eine Übung hierfür. Du begibst dich hier so zum Beispiel in Seitlage, hast hier eine Handel und drehst nach oben auf. Vielleicht habt ihr das auch schon mal gesehen mit einem Handtuch hier drunter. Grundlegend ist die Idee nicht verkehrt, aber bei ihm hat es beispielsweise nicht geholfen. Nichtsdestotrotz habe ich gesagt, pass auf, wir machen auch verschiedene Übungen für die Rotatornmanschette. Denn immer dann, wenn der Sehnenansatz eines Muskels zum Beispiel entzündet ist, dann kann es hilfreich sein, diesen Muskel gezielt zu trainieren, mit einer hohen Wiederholungszahl, aber mit wenig Gewicht, damit eine gewisse Durchblutung stattfindet. Da werden Stoffwechselendprodukte, auch entzündliche Situationen einfach abgetragen und der Heilungsprozess wird verbessert. Aber es muss noch mal klar sein, das war ja nicht der Ursprung des Problems, sondern nur die Symptomatik. Der Ursprung war die Rundrückenhaltung. Also, Rundrückenhaltung korrigieren und dann Schulterblatt stabilisieren, Rotatornmanschette stärken und so weiter. So habe ich das bei meinem Klienten hinbekommen, dass er langfristig jetzt schmerzfrei ist und solltest auch du auf der Suche nach einem individuell auf dich zugeschnittenen Trainingsplan sein für irgendeine Schmerzsituation oder sonst irgendwas, dann kannst du mir jederzeit schreiben. Wir führen ein kostenfreies Gespräch, ich erkläre dir den Ablauf und so weiter. Der Link ist hier einmal in der Videobeschreibung. Wenn dir das Video gefallen hat, gerne teilen, ein Abo dalassen, liken und vielen Dank, bis zum nächsten.